Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich heute in einem Hotelzimmer und zwar befinde ich mich in Neu-Ulm. Ich bin jetzt so circa 2 Stunden, 2 Stunden 15 gefahren und ich werde jetzt das Wochenende hier auf einem Seminar verbringen, das FR Power Programm vom Coaching-Unternehmen Basisimpuls. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt erst angekommen, hatte Glück, dass ich das Zimmer schon beziehen konnte und ich werde euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, was oder was sich hinter diesem FR Power Programm versteckt und dazu bekommt ihr dann ja weitere Infos in den folgenden Videos und auf dem Blog und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erst mal ja viel Spaß, alles Gute und wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufen. Alles Gute, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, jetzt ist es schon kurz nach halb zwölf und ja, der erste Tag des FR Power Programms ist eben erst zu Ende gegangen. Es war ein sehr langer, aber auch ein sehr, sehr aufregender Tag und es sind sehr, sehr viele Themen besprochen worden. Mein erster Eindruck ist einfach der, es ist eine unheimlich positive Energie, Schwingung in dem ganzen Seminar, tolle Menschen, tolle Teilnehmer und ja, jetzt alles, was heute besprochen wurde, jetzt in einem kleinen Video wiederzugeben, das würde dem Ganzen einfach nicht gerecht werden. Ich werde dann einen ausführlichen Artikel unterhalb des Videos erstellen und dir einfach sagen, okay, was so die Quintessenz aus den Seminartagen war und ja, war wie gesagt sehr, sehr spannend und auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Wenn ihr genaueres wissen wollt, schaut euch den Blogartikel durch. Es lohnt sich wirklich. Es sind sehr, sehr viele gute Erkenntnisse drin und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Nacht und schlaft schön. Bis demnächst. Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, heute Tag 2 des FR Power Programms und ich bin schon gespannt, was mich erwartet. Ein Punkt gestern war Energie gewinnt und ja, ich fühle mich voller Energie und ich freue mich jetzt auf den kommenden Tag und was er so mit sich bringt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß und ich werde euch auch auf dem Laufenden halten, was denn ja heute hier so abgelaufen ist. In diesem Sinne erstmal einen wunderschönen Tag, viel Spaß. Bis dahin, alles Gute, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, Seminar ist vorbei, ist ziemlich spät heute und wie ihr das von mir gewohnt seid, versuche ich immer noch ein bisschen Mehrwert mit in die Videos reinzupacken und mir ist es gelungen, den Damian noch hier vor die Kamera zu bringen. Hi Damian, grüß dich. Hallo Oliver. Schön, dass es noch klappt. Schön, dass es geklappt hat, dass wir uns hier sehen können. Genau. Und ja, Seminar, FR Power Program. Damian, was war die Idee zum FR Power Programm und was können die Leute erwarten, wenn sie dieses Seminar buchen und wenn sie dafür ihr Geld ausgeben? Was glaubst du, Oliver, ist der Grund, dass Menschen nicht das tun, was sie tun müssen, um dahin zu kommen, wo sie eigentlich im Leben hinwollen, nämlich ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Ziele, ihre Visionen. Was ist der Grund? Wahrscheinlich Angst. Es ist die Angst. Und deswegen haben wir dieses Power Program für Fülle, Erfolg und Reichtum kreiert. Es geht darum, seine Angst kennenzulernen, die Angst zu überwinden, durch die Angst durchzugehen, um dahin zu kommen, wo man wirklich hin will. Wer das Programm macht, hat definitiv hinterher eine Anleitung, wie er durch die Angst geht und er hat eine Kraft in sich, die er vorher noch nicht kennengelernt hat. Kann ich nur bestätigen. Also ich habe schon viele Seminare besucht und ich habe also kein Seminar, kein Workshop, kann man ja sagen, erlebt, was mein Leben so nachhaltig verändert hat. Also hier ist nicht nur hier Friede, Freude, Eierkuchen, Quatschen, Tralala, sondern hier geht es richtig ans Eingemachte. Hier wird auch gearbeitet und letzten Endes ist das, auf das es ankommt, damit wir uns auch nachhaltig verändern. Und es ist ein Workshop und deswegen haben wir es auch so gesagt, es ist kein Seminar, sondern hier erleben die Menschen Veränderung. Veränderung zu ihren Glaubenssätzen. Sie lernen, was es heißt, Geld zu verwalten. Sie lernen das einfachste Geldmanagementsystem der Welt kennen. Sie lernen all die Emotionen, die mit Geld in Verbindung stehen, all das Leid, was sie schon erfahren haben, loszulassen, nach vorne zu gehen, eine Kraft und Energie aufzubauen, um voranzuschreiten und alles zu erreichen, was sie sich letztendlich im Leben wünschen. Genau. Eine Sache noch. Unsere Zuschauer fragen sich ja mit Sicherheit jetzt, was muss ich denn, gerade wenn ich jetzt so in einer Sackgasse stecke, wie komme ich raus? Was kann ich tun? Hast du einen Tipp für unsere Zuschauer? Das Erste ist, den Fokus verändern. Den Fokus auf das ausrichten, was ich will und nicht auf das, was nicht funktioniert. Vielleicht noch in die Dankbarkeit gehen. Dankbar dafür sein, warum es dir so gut geht, warum die Welt eigentlich doch ein schöner Ort ist, um sich zu entfalten. Denn mit dem Fokus verändert sich sofort ein Gefühl, verändert sich das Gefühl, verändert sich die Energie. Leute, Fokus verändern und Energie gewinnt. Damian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Macht's gut, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.